Es wäre jetzt gut, wenn du noch was sagen würdest. Was brauchst du denn da eigentlich? Opium. Deswegen fand ich Fenchel-Echtöl einfach so richtig, richtig, richtig gut. Das ist halt so die klassische Kombination. Es gibt Fenchel-Orange, dass es einfach ganz einfach umzusetzen ist. Also wirklich auch wieder da, ganz, ganz großes Kino. Einfach nur Orangensaft reduzieren, zwei, drei Tropfen Fenchel-Echtöl rein, ein bisschen Olivenöl dran. Wenn du noch einen geilen Essig hast, mach ein bisschen Essig rein und du hast eine perfekte Vinaigrette, die auf jeden Salat geht. Also wirklich auf jeden Salat. Mehr brauchst du einfach nicht.